Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz zum DFB-Pokalspiel 1. FC Union Berlin gegen Werder Bremen am kommenden Sonntag. Bei uns in der Pressekonferenz heute Trainer Uwe Neuhaus. Er wird, denke ich, alles Wichtige zum Pflichtspielauftakt in die Saison 2009 und 2010 sagen. Vielleicht nicht alles verraten, aber ein bisschen. Ja, ein bisschen werden wir schon was verraten, na klar. Ja, Pflichtspielauftakt im neuen Stadion. Im Pokal gegen den Titelverteidiger. Das sagt, glaube ich, alles über die Schwere der Aufgabe. Wenn man dann die Statistik mal ein bisschen bemüht, in den letzten 20 Jahren nimmt. Wir haben bei Werder Bremen achtmal im Finale, haben fünfmal gewonnen. Das ist, glaube ich, die erfolgreichste Pokalmannschaft in dieser Zeit zumindest. Was davor war, weiß nicht, habe ich nicht genau recherchiert. Ja, und trotzdem, dass Bremen die bessere Mannschaft ist und ganz, ganz klarer Favorit sind für dieses Spiel. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Und trotzdem, in einem Spiel und dann auch gerade im Pokal ist immer alles möglich. Das haben die letzten Jahre dann auch bewiesen, dass immer wieder auch noch so haushohe Favoriten ausgeschieden sind. Das streben wir natürlich auch an. Und wir müssen dann unsere Mittel in die Waagschale werfen. Wir haben Bremen letztes Wochenende in Aachen beobachtet. Ich hoffe, dass wir da die richtigen Schlüsse rausziehen können. Unsere Mittel werden sein. Bedingungsloser Kampf, totale Leidenschaft, Laufstärke, Kampfkraft. Wir müssen natürlich versuchen, die Räume so eng wie möglich zu machen. Werder Bremen nicht ins Spiel kommen zu lassen. Einer muss für den anderen da sein. Das, was uns eigentlich in den letzten zwei Jahren auch immer wieder ausgezeichnet hat, dass die Mannschaft füreinander da ist, dass der eine dem anderen hilft und unterstützt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber wir müssen natürlich auch mutig spielen. Wir können uns jetzt nicht nur hinten einigeln, sondern müssen mit Mut, mit Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein nach vorne spielen, immer wieder Nadelstiche setzen. Und ich glaube, dann auch mit Hilfe der Zuschauer, wo jeder gewonnene Zweikampf wahrscheinlich ja unterstützt wird und lautstark begleitet wird, soll uns das auch Mut machen. Und jeder gewonnene Zweikampf in unserem Kopf verankern, dass wir da mit unserem Ziel vielleicht ein kleines bisschen näher kommen. Den Favoriten so ein bisschen nach und nach den Zahn zu ziehen, die Lust zu nehmen am Fußballspielen. Und das wird das Rezept sein, wie wir übermorgen auch zu Werke gehen. Nein, kann ich nicht. Aber ich bin mir im Klaren darüber. Wenn ich Sie frage, vielleicht nein. Wenn ich den Kranz frage, vielleicht ja. Ja, es ist ja unterschiedlich. Der eine oder andere denkt über den gleichen Spieler anders. Also von daher weiß ich nicht, ob es Überraschungen sind. Aber ich habe ja auch gesagt, und das weiß auch die Mannschaft, es ist keine endgültige Formation. Das ist eine von mehreren Möglichkeiten, die ich zur Verfügung habe. Gott sei Dank zur Verfügung habe. Es wird sicherlich für den einen oder anderen eine Entscheidung sein, womit er nicht einverstanden ist. Das ist völlig normal. Aber machen Sie sich einfach mal den Spaß. Gehen Sie unseren Kader durch, welche Positionen gut oder gleichwertig besetzt sind. Da können Sie vielleicht nachvollziehen, dass sicherlich schwierige Entscheidungen dabei sein werden. Aber die können auch in der nächsten Woche wieder anders aussehen. Das hängt dann immer von der Leistung im Spiel ab und auch von den Trainingsleistungen. Ja gut, die Meisterschaft hat natürlich Priorität für uns. Das ist klar, aber dennoch wollen wir auch versuchen, im Pokal so weit wie möglich zu kommen. Es ist ein lukrativer Wettbewerb, wo sich die Gelder fast potenzieren von Runde zu Runde. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Wir haben jetzt nicht Geld im Überfluss, dass wir es einfach so kampflos abgeben können oder aufgeben können und uns nur auf die Meisterschaft konzentrieren. Ja, ich hoffe eine gute Rolle. Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Jeder, der morgen im Stadion oder Sonntag im Stadion ist, weiß, dass Bremen Favorit ist. Jeder hofft auf die Sensation. Wir werden versuchen, sie mit unseren Mitteln dann auch möglich zu machen. Und ich bin mir sicher, dass die Zweikämpfe, wenn sie zu uns ausgehen, lautstark unterstützt und bejubelt werden. Das gibt jedem Spieler dann auch noch mehr Selbstvertrauen und wirklich auch das Gefühl, die Sensation schaffen zu können. Wir haben es heute auch in der Zeitung lesen können. Marco Gebhardt war stellvertretend für alle anderen Spieler. Wer nicht daran glaubt, der braucht übermorgen auch gar nicht auflaufen. Ja gut, Vorbereitungsspiele sind das eine. Darf man nicht überbewerten. Aber alleine einen Erstligisten geschlagen zu haben, der ja auch mit sehr großen Ambitionen in die Saison geht, hilft auf dem Weg dahin, wirklich dann auch zu wissen, dass es möglich ist. Ich glaube, weniger wegen des Pokalspiels. Aber mehr, wer denn eigentlich wirklich in der Start-Off dabei ist. Also da merkt man schon, gestern als ich so in die Kabine reinkam, ist ja eigentlich jeden Tag das gleiche Ritual. Da begrüßt man jeden Spieler per Anschlag, den man nicht unterwegs irgendwo getroffen hat. Da guckt man eigentlich auch immer in verschiedene Gesichter. Der eine, ja, frohen Mut, gute Laune. Der andere, hm, bin ich dabei. Die haben das schon immer im Hinterkopf. Und wir haben ja noch viele Fragezeichen. Ich habe es der Mannschaft auch noch nicht gesagt, wie es letztendlich aussehen wird. Ich glaube, dass da in dieser Richtung eher die Anspannung absolut vorhanden ist bei jedem Einzelnen. Aber auch ein bisschen, ja, Ungewissheit. Ich bezeichne das mal so. Ich denke nicht, nein.